Geschossen Da da oben war es Da oben weg rein Oh, ich wurde angestimper'n Okay, wir suchen den Na, Dalu, Dalu, Dalu Und es ist noch Shigo Nein Hallo Leute, freut euch, heute gibt es wieder TTT Und wir sind hier Das ist ja gelogen TTT TTT Das war natürlich leider TTT ist zu viel Wie damit es ein paar weniger läuft als sonst Aber immer noch große Runde Nur noch die Elite ist da Ich bin dabei, als anders ist egal Ich bin Elite Also wenn wär's ja sogar TTTTT Das ging ja noch TTT Ich war Shigo Titten Terroristen Nein, Trouble Town, Trouble in Terrorist Town Wow Trouble Terroristen in Trouble Town Soll ich Maxi erschießen oder was? Ich will hinfliegen, komm zurück Ich wollte schon mehr, wenn jemand von Wow jemand Gib ihn dann mit Und wenn's geht, noch einen Oh oh, ist da nur einer drin? Lustig, wenn wir da zwei drin wären im Helium Einer wird Traitor Oh ja Das wär ja mega fun Goro ist es Ich hab hier ne Falle aufgebaut Was ist es oder was? Hey, I love Goro I love Goro Ich hab ne Falle hier vor sich Gruppenabstimmung Komm besser nicht hier rein Ich bin dafür Ich hab keine Dinge Er schießt auf mich, Leute Nee, für das ist der Weg Da würde ich hier aufpassen auf der Map Ich weiß Die funktioniert Ah! Ich hab mal ne Taube Ach, Lukar hat grad ne Taube geworfen Hä? Ich hatte doch keine Taube in der Hand gehabt Hat er ne Taube in der Hand gehabt? Ja, hat er Bestimmt Dann hättest du aber Moment, dann hättest du aber geschossen Dann hätt er ja geschossen Er Er ist es Er muss es sein Wer? Äh, Maxi Weil er hat gesagt, ich hab ne Taube in der Hand Aber wenn das ja wirklich wahr gewesen wäre, dann hätt er ja geschossen Das ist ja total dämlich Da ist einer tot bei Krabs Ja, hier ist auch einer tot Ja, hier liegt auch noch einer Ja, das sind die, die von der Taube getroffen wurden Das muss McFly gewesen sein Achso Also ich war auf hier Vorsicht, Krabs Hier hab ich ne Falle aufgebaut Komm hier wieder nicht rein Toll, den Grappling Hook kann man nicht benutzen als Inno? Was ist für'n Scheiß? Kann man doch eigentlich Nee Passt bloß auf mit dem Grappling Hook auf der Map, ey Die Geisterstimme sagt, der ist verbuggt Wo ist denn der Detective? Der Haken hängt nicht Da ist auch Dalu Achtung Ja, aber ich hab doch nichts getan Warum nicht? Weil ich fliege unglaublich gerne Wenn ich's gewesen wäre, wäre Anne jetzt tot, weil die grad im Pool drin war Wenn ich es gewesen wäre, liegen am Helipad zwei Wenn ich es gewesen wäre, liegen jetzt am Helipad zwei Leichen Kann ich... Lebt nicht noch einen? Warte mal, lebt nicht noch einen Am Helipad liegen zwei Leichen Was? Das war ich nicht Deals Fliege mit den Gästen davon Ach Mann Hast du auf mich geschossen, Grant? Nein Ich dachte erst, du hast auf mich geschossen Das ist doch ein Klassiker, weißt du? Das ist doch ein bisschen der Main-Manus Egal, wo ich hingehe, du bist schon da Weißt du... Schon wieder Schieß mal, jetzt schieb ich Junge Weißt du, warum er nicht schießt, Shigo? Ach nein, ihr müsst es ankündigen, das könnt ihr nicht machen Nein, Shigo... Ich glaube, er ist es aber nicht Ey, Shigo, hast du doch auf mich geschossen einfach jetzt? Nein, 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 nein Schossen, scheiße Ey, Shigo Ja Ja Haha, Shigo, du hast deinen Darlow gerade angeschossen Hast du nicht Hast du nicht Hast du nicht Ich war das nicht, das war Shigo Achso, der Prop hat mich da reingebaut Sorry, Shubi Ja Nicht der Einzige, der Shigo irgendwie so ein bisschen doppelt hat? Ja, das kann ich sagen Das macht das so ein bisschen epischer, irgendwie Nein, nein, nein Ein doppelter Schrein Nein, nein, nein Aber Max, warum hast du nicht direkt geschossen? Ich wollte eigentlich gucken, was du so sagst, was du jetzt von dir sagst Ja Du hast auch nicht direkt geschossen, als ich sagte Ich dachte so Ja, natürlich nicht Wenn er schießen würde, wär's ja dumm, aber dass du nicht schießt Ja, aber guck mal, was ist am Ende passiert, dass du das Ich warte mal, was passiert Ich hab's auch nicht richtig verarbeitet Ich hab dich nur gesehen, du hast irgendwas aus der Hand geworfen Du hast nur noch gar nicht richtig verarbeitet Das war zu krass Das war zu krass, Mann Granz, ich hab auch auf dich geschossen, aber dann kommt dir die Frage Lass mich rein So, screw you guys, I'm going home Lass mich rein Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Lass mich rein, verdammt Nein Lass mich rein, jetzt Nein Lass mich rein Alter Scheiße, lass... Nils ist eskaliert Nils ist runtergefallen Echt? Ja Krass, warum tötet ihr den Nils? Nein, ist er nicht, ist er nicht Ich hab's gesehen, er wurde geschubst Von wem? Dalu ist es Maxi McFly aus dem Heli Dalu ist es Er beschuldigt schon wieder Leute Ach doch gleich, wer aus dem Heli rauskommt Also... Er ist nicht reingekommen, er stand draußen vor und ich hab die Tür die ganze Zeit wieder zugemacht Warum machst du denn sowas? Weil mir langweilig ist Er hat die Tür nicht zugemacht, dann würdest du die Leiche doch hier sehen Er hat ihn runtergeschubst Liegt er jetzt irgendwo... Im Bild? Er liegt irgendwo da unten, weil er nicht reinkam in den Heli Und Dalu beschuldigt dich, also schieß ich ihn jetzt gleich wieder ab Hast du gerade auch nicht geschossen da? Nein, über dir Dalu hat geschossen Ja, auf dich, aber nicht auf Goro Und jetzt schießt er auf mich Natürlich, weil du mich für ihn beschuldigst Hast du mich nicht in der ersten Runde beschuldigt? Da hast du... Warst du ja auch Traitor? Ja Die Tür wurde abgeschlossen von einem Traitor Ich bin im Traitor-Kontrollbüro Wer hat jetzt hier... Warte 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 Was war das Goro? Du hast es doch gesehen, was war das? Ich habe die goldenen Diegel benutzt Ah Ist da eine goldene Diegel? Jo Nee Ist das jetzt McFly oder nicht? Ich bin es nicht Ich glaube einer hat auf mich geschossen Hey Ich bin eingesperrt im Kontrollraum Du wirst dich töten Es dauert eine Minute oder so dann ist es wieder weg Oh Hier liegt keine goldene Diegel Ah Hier hast du gerade runter geworfen Hier ist kein... Ja klar, Max Guck doch rüber mit der Snipele Mit der Snipele Ich hab das doch genau gesehen Snipele 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 Nimm mal die Snipele Nimm mal die Snipele Nimm mal die Snipele Oh guck mal Dalo Mh, ziehst du jetzt auf mich auf dem Heli? Wer ist da links? Willst du dich den Heli aktivieren? Shiro, hast du die goldene Diegel? Goro, komm zu dir Shiro Die hab ich runter geworfen Grand Oh Dalo Dalo zieht auf mich Hilfe Ich bin wieder frei, ne? Also die Sperre ist weg Du bist es doch Shiro Ich bin gleich tot Gut möglich Ihr seid jetzt noch beide im Heli Ich nehm einfach ne Brandgranate in die Hand Wenn du mich töten bist, dann stirbst du So Versuch's Ich werf die Granate noch Nee, Färs Färs Wer ist denn nach oben? Wo ist denn da viel? Tüßen alle auf dich Ja, ich seh schon Anziehen auf mich Alles klar, noch ein Shiro Tannu und Shiro Fliegen jetzt mit dem Heli Ja, und wer absteigt aus? Hehehe Schau wir mal So, wie ist es denn hinzu? Sag mal an hier Bist du's? Nein, sonst werde ich erschossen, du Trottel Ja, selbst wenn du mich erschießen könntest Ja, du, ich hab ne Sonne auf und ich Ich hab ne Brandgranate Ja, ist mir doch schon egal Wenn ich sterbe, stirbst du auch Die Brandgranate ist der Märtyrer des kleinen Mannes Hehehe Da fliegen sie Oh Mann, ich falle hier Ich hätte nachgeholfen sonst Ich hätte nachgeholfen sonst Dallucat ist in den Pool gesprungen Darfst du schon alleine geholt? Wenn er in den Pool springt, ist er schon ziemlich sicher, dass der Pool nicht aktiviert wird, oder? Als ich so schnell war Du hast doch grad auf mich geschossen Da ist er! Oh fuck Was sagst du da los aus dem Heli entgegen? Ja, in den Pool gesprungen Ja, das ist schon, äh Mutig Den Move hab ich auch schon mal gemacht Nein, du verstehst aber nicht, was er meint Der nix meint Aber ich scheine recht zu haben, sonst würde er das nicht so sagen Ja nein, aber er hat halt wirklich nicht verstanden Du hast halt mal einen schlauen Satz gebracht und ich wollte dich jetzt hier unterstützen Danke Was hast du denn gesagt? Hahaha Das ist ja jetzt immer noch nicht Ich hab grad einen Feiling gehört Ich bin in den Pool gesprungen Und in der Pool, den kannst du da Strom setzen Warum sollt ihr also da reinspringen, wenn ich nicht Traitor wäre? Hm Weil ich weiß, dass keiner von den Traitern so schlau ist Hahaha Na, wer fühlt sich grad beleidigt, hä? Hahaha Wer will mich jetzt? Wer will mich? Komm, holt mich Dürfst du was nicht sagen dann? Hahaha Goro weiß es? Goro weiß es Ist das denn noch ohne Fliege? Ist das wirklich Goro? Wer war denn das hier grad? Ja, er hat sich beleidigt gefühlt, ey Hahaha Oh Gott Goro Gott Goro? Gott Goro, ja Er weiß, wie man mich anspricht Soll ich dich erschießen, so wie grade als du die Shotgun aufgehoben hast? Habe ich die getroffen? Jetzt sagt doch mal was Na ja, die leben noch alle da Grants, 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 Grants Beim Heli leben sie noch Oh, da unten floh jemand Ich hab ihn nicht getroffen, ich kann ihn nicht getroffen werden Echt? Unter Craps Ich kann dir niemandem trauen Das ist echt schon wieder so die durchwachsene Runde grade, ey Oh Grants, Grants ist es Grants ist es? Oh Gott Oh Gott Ich hab ihn Ich hab ihn Gut, Gaming mal andere Nein Ja, McFly, danke, ne Also haben wir zwei Trailer noch Ja, weil Julia weg ist Ja Dann statt, dass er wieder einen anderen nimmt Geht er da weg auf mich Du warst alleine Die anderen waren alle zusammen Die anderen waren alle zusammen Nephi ist immer hinter Goro hergedackelt Ich hab mich schon gewundert, dass er dich nicht einfach runtergeschubst hat Ja, wollte ich auch eigentlich, aber er hat sich ja auch umgedreht Ich hab echt gedacht, dass... Das war aber im Endeffekt auch echt nicht so eine gute Runde Aber ich hatte noch Glück, also ein bisschen getötet hab ich ja doch noch, weil Dalu und Maxi sich fast getötet hätten Ja Wieso, hat doch keiner was gemacht? Ich hab bei euch beide Schaden gemacht Und Anne ist im Zuge dessen gestorben Was? Im Zuge dessen Echt? Ja, weil ich halt dachte, dass es Max dann ist Und dann hab ich mit der Golden Eagle auf ihn geschaffen Ach so Die Golden Eagle ist nämlich so der Standard Einmal auf mich hören, anstatt ne EINMAL Das ist so ein ander Ding, ganz detektiv Ich war's doch auch nicht Nee Das ist schon richtig Da ist ja ein Explosivloch Ach so Na, Maxi willst du mitfahren? Nee, kannst mal alleine fliegen Ich hab genug Philippabgatoren hinter mir Aber du heißt doch McFly, das muss doch... Ne, ich heiße Maxi Ich heiße Maxi McFly Das war ja auch ein Teleport Ach so War wirklich ein Teleport Das ist das lag O egal Ehh, Dalu, ich musste weg Konsole, Neustart Warte mal Wie wär's da unten drin? Ist das Fenster auf? Schade Ne, 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 ne Was? Warte mal Dass Dalu Jallert werden wir auch neu Das wär echt mal was Neues, ey Digimon bist du hurt? Ja, weil dann bin ich ja tot Du bist blöd Ich wollt grad sagen, ein toter Dalu bringt einfach gar nichts. Das ist nur was für Dalu, wenn er der Letzte ist. Ja, aber dann kannst du ja noch richtig spielen. Sehen Sie im Heli? Hast du Glück gehabt, dass ich im Teich gelandet bin? Im Teich? Sein neuesten ist es im Teich. Wenn du in einem Teich gelandet bist, Goro, bist du auf einer anderen Map gelandet. Das ist ein Geheimlevel. Ey, was sollte das? Das war schon ziemlich krass, Shigo. Shigo macht das. Wen treff ich, wen treff ich? Das ist so geil, ey. Scheiße, das ist ne Disso laufen. Du musst dich auf den Rand stellen, dann runterspringen und in dem Moment schießen. Dann fällt einer runter. Ja, aber ich treff ja nicht so. Ey, auf uns wurde grad geschossen. Richtig, guck mal nach. Wo bin ich jetzt hier oben? Craps hat dich geteleportet. So geil. Könnte gut Gaming sein. Komm, wir machen eine Runde. Kommst du eigentlich mit GG Ding? Nee. Kann ich ja nur zwei. Jetzt hab ich aber alle meine Punkte verspielt, ehrlich gesagt. Es sind zwei Leute im Heli, oder? Ja, Nils und Goro. Nils hat ne Garnade geworfen, bist du bescheuert? Ja, da, er hat auch ne Taube oder so ne Scheiße. Oh, nee. Nur ne Smoke. Ich hatte kurz Panik. Man konnte Panik gleich mit Goro Stimme hören. Ich will hier raus. Hallo Nils. Oh, oh. Oh, Nils. Vom hinteren Schiff wurde ich eingesnipert. Das sind doch alle. Nein, nein, ich bin in der Mitte. Hinten sind alle. Nils. Könnt ihr mich heilen? Wo ist denn hinten? Nils? Ich war, ich bin hier grad rausgelegt. Ich hab ihn hier rausgelegt. Ja, aber welches hinten meinst du? Weil hier. Ja, Moment. Es gibt ja hier eindeutig einen vorne und einen hinten auf dem Schiff. Vorne ist da mit dem Sprungbrett. Und dem Pool. Sprungbrett. Mach doch hier, komm mal. Crabs, hast du nen Virtualizer bla? Hä, das geht doch nur bei Leichen oder nicht? Ah ja, stimmt. Da hat er noch auf uns geschossen. Waaah. Ja, da oben war's. Da oben wegrennen. Au, ich wurde angesnipert. Okay, wir suchen den. Da, Dalu, Dalu. Dalu. Und, es ist noch Shigo. Nein. Ich hab' mich gekillt. Ich hab' mich gekillt. Äh, sorry. Mecklei. Mecklei auch? Okay. Oh, fuck. NIEMALS. NICHT GEGEN MEINE HUGE'S. Warum habt ihr meine Prinzessin getötet? Okay. Sie hat nix getan. Sie hat wirklich nix getan. Sie hat wirklich nix getan. Lebst du noch? Dalu ist aber noch frei zum Abschuss. Wieso bin ich frei zum Abschuss? Das einzige, was ich in der Runde getan hab, ist meine Leiche aufgehoben und weggebracht. Und dann habt ihr auf mich geschossen. Wieso hilfst du denn? Wie kannst du denn deine Leiche aufheben? Weil mein Deadringer angegangen ist und ich wollte mich verstecken. Was kann ich? Hast du nen Radda? Ich bin unten. Ich hab ne Radda, ja. Nee, kein Radda. Da unten ist irgendwas. Ja, da unten. Da unten ist er. Oder du bist es. Aber ich glaube nicht, dass es... Er hat doch gerade selber zugegeben, dass er es ist. So ein Quatsch. Ah. Es war gelogen. Es ist doch Goro, Leute. Ach, er ist hier in der Heilung drin, oder? Nicht mehr, ich bin schon voll. Cool. Warte, dann geh ich da rein. Danke. Können wir uns heilen? Ja, können wir. Coole Geschichte. Hier ist schon komm, dass du mir einfach richtig einen mitgibst, Crabs. Kann passieren. Weil wenn du noch nicht durch die Tür kommst. Ja, ich hab nen zu dicken Popo. Hey Gott, eben war ja noch da. Nee, Moment. Wo ist er denn? Dann muss er hier gehen sein. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Chico. Buddy, enter to your channel. Hallo. Hallo, Chico. Ah. Du bist tot, Chico. Ach, nee. Beeil dich. Ah, hier oben ist er... Du hast mich. War nicht schlecht. Okay, danke. Ich hab alles gegeben. Jetzt ist Goro also der letzte lebende. Ah, wo seid ihr denn? Au. Oh, nice. Wurde es von Crabs gestorben? 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 In dem... Eigentlich in dem Traitor-Tester. Da wurdest du getötet? Da wurdest du getötet? Hä? Da hab ich gar nicht gemerkt. Ja, auf einmal war Crabs weg. Ja. Ja. Ja, ne? Ja. Hä? Du wurdest vom Prop getötet. Wie konnte das passieren? Wie sort of, Alter. Wie sort of. Ja, aber jetzt wird leider kein Traitor mehr. Ja, aber Shigo, du hast nicht Dalu gekillt, sondern mich. Nein! No! Nein! Ima! Shigo hat mich in den Deadwinger gehör. Also einer hat mir in den Rücken geschossen. Das war ich. Ich wollte gerade sagen, das war Grenze, oder? Ja. MacFly, du kannst mich noch nicht angreifen, weil ich eine Huge in der Hand habe. Ich hatte keine Muni mehr mit meiner Schotflinte. Ich hatte genug. 150 Schuss. Alter, so fuck. Da macht Crabs keine Gefangenen. Werd immer nur innocent. Au. Okay, wenigstens mal draufhalten, wo dieses Scheißding leer geht. Aha, was machen sie hier? Ich habe genau gesehen, dass hier jemand ist. Hallo? Was machen sie hier? Er hat einen Hinsie geworfen und lässt mich jetzt hier drinnen verbrennen. Ihr habt jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, um wieder rauszugehen. Dies ist eine Insie. Was ist es? Oh, geht bitte raus. Oh, guck mal. Anne ist Traitor. Anne ver- Oh. Anne hat mich getötet. Verbrannt. Lalalala. Einer ist wirklich verbrannt, Leute. Da ist einer tot. Ja, ist er. Was? Anne hat ihn getötet. Tja, Anne. Und ich habe auch nur noch 41. Warum seid ihr denn nicht rausgegangen? Ja, weil du doch die Tür blockiert hast mit dem Fass. Hab ich überhaupt nicht. Hast du das nicht gesehen, Anne? Ich hab das nicht blockiert. Doch, du standst da drin. Soll, wenn Anne jetzt kein Traitor ist, hast du die mega Free Karma verloren. Schiebe, kannst du mich heilen? Kannst du mich heilen? Ich möchte. Das heißt, wir müssen mindestens noch eine Runde spielen, damit er die ohne Karma spielt. Ich möchte noch mein 600er Karma geben. Hast du ihn gerade aufs Fenster geworfen? Ja, du würdest nicht den Defi für McFly verschwenden. Entschuldigung. Jetzt hol doch das Medi raus. Nein, Schiebe. Hat die wenigstens schuldig. Das ist in Ordnung. Ne, wir sind im Helikopter jetzt wegfliegen. Wieso sind alle wegfliegen? Ich wurde von dem... Diese scheiß Treppen, ey! Ha! Ich bin rausgekommen ohne Schaden zu kriegen. Schiebe, vertrauen mir. Danke. Warte, Anne, warte. Warte, warte. Nein! Was machst du denn? Ich will nicht mit dir in einem Helikopter sein. Wenn ich tot bin, war's Nils. Trance, was sollte das? Ja, ich wollte gucken, ob du jetzt einfach Schiebe abknallst. Als ob ich Schiebe abballern würde. Ja klar, sie ist Detective. Ey, auf uns wird Silent gesnipert. Ich hab ein Spray-Doo an die Wand gemacht. Ja nein, der wurde aber Silent gesnipert. Also bei mir nicht. Wieso ist hier so viel Blut? Hier ist Goro und dieser Unterton allein. Sollte mal hier ne Kugel zwischen die Augen, ja. Na komm, Crap. Sollen wir machen? Er hat wirklich auf mich geschossen. Ich hab nicht mehr viel. Ah, Hilfe. Ich treff ihn nur nicht. Hey, wieso bist du fast tot? Ja, weil der auf mich geschossen hat. Ja, das hat sich jetzt nicht ernst angehört. Will er dich jetzt wirklich erschießen? Ich hab ihn getroffen. Ich hab nur noch 41. Ist man bei 41 badly wounded? Da. Äh, Good Gaming hatte gerade ne Zaube in der Hand, oder? Nein. Dann schieß ihn ab. Ich denke, nein. Ich denke doch. Das war ne Crowbar. Ne, und deswegen stand er auch drauf. Es gibt doch keine Crowbar, ich denk. Weil ne Crowbar, ein Crowbar ist nix. Du weißt schon. Das war ne Crowbar. Ne Crowbar ist n... Mann! Ich hab nen Dead Ringer gehört. Ja, ich auch. Wenn ich's nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, Stigo was. Der ist n Kaffeebecher. Ich kann's aber nicht beweisen. Ich hab's schon kurz gesehen. Deswegen weiß ich nicht. Ja, wir können später den Video beweisen. Good Gaming, scroll mal bitte deine Waffen durch. Nein. Alle Waffen. Stigo, sag mal was. Hier. Wenn du nix zu verbergen hast. Hier. 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 Und jetzt die übersprongene Waffe bitte auch. Die übersprongene Waffe, ey. Zwischen einem Wächsler hat's lange gedauert. Ja, ja. Ja, weil er dann was ich überspringen musste. Oh fuck. Aua, ich bin schon wieder runterge... Goro hat mich jetzt auf 18 runtergeschossen. Nein, ich bin runtergeschossen. Glaub Goro ist es, oder? Das war gut Gaming. Das war gut Gaming. War es überhaupt nicht, ey. I hab's doch gesagt. I hab's doch gesagt. I hab's gesagt. Du musst jetzt jemand den feirischen Dialekt einführen, wenn Julia nicht mehr da ist. Warte mal. Hab's doch gesagt, ey. Das war der Schlingel. Aua, ich werde angeschnüppert. Da drüben ist er. Hier, rechts auf den Tower. Du sagst erstmal gar nichts. Wow, was? Moment. Da. Anne. Den tschüss hab ich jetzt für dich gebraucht. Jetzt hab ich nichts. Wieso hast du die erschossen? Ne, wir haben nicht. Wieso hast du da nur erschossen? Anne ist es. Oh Gott, warst du mich erschrocken. Mein Gott. Ich hab Anne getötet by the way. Das ist, äh, Good Gaming. Ja, wer ist es denn jetzt? Good Gaming. Wo bist du denn? Weiß ich gerade auch. Immer dieses Unkommunikative, weißt du? Ja, vielleicht können... Lachst du mal. Können ja in der Situation dann wieder die Inno's anfangen zu reden oder so. Ja. Weil ich weiß gerade nicht so wirklich, wer... Ach, wie auch immer. Ach, ach, Moment. Bisschen Muni wärmer schön. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Ist ganz gut. Ihr werdet synchron im Kreis. Ja, ich weiß noch nicht. Beide umgedreht, oder was? Ja, beide im gleichen Moment. Come at me, Bro. Nee, komm, lass mal. Free. Ah, scheiße. Nein! Juhu. Das mit der Taube im Heli war ein bisschen doof. Das hat nicht so gut. Jetzt sieht Taube aus und alle sehen dich so. Ja, und ich bin auch noch mit drin, weißt du? Da musste ich nur ne Runde fliegen, aber das vertuscht wird, dass ich daneben stand. Ja, wir haben ja gewonnen. Boah, der Killer an Anno war so ein Lackshot. Ja, keine Ahnung. Der erscheint vor mir und ich drück einfach ab. Dass du dir keine Shotgun mitgenommen hast. Ja, hab ich auch nicht verstanden. Wo hab ich die M3 Shotgun hergehabt? Ich hatte... Nein, ich hab einen Detective erschossen. Nein, Quatsch, ich hab den Detective gelootet. Genau. Und der hatte die M3 Shotgun. Da hast du die wohl von mir aufgehoben, als du meine Leiche gefunden hast. Ich hatte Silence, ist alles dabei. Ich bin nicht frech, hör auf damit. Du hast mich umgerasselt zur Runde. Ja und? Das gehört sich so. Hab ich? Hab ich echt? Ne, ne stimmt, das war ja die Runde davor. Egal. Nein, er hat doch doch mit der Granate... Ach stimmt, er hat mit der Granate wieder zur Runde, ja. Mit der Brandgranate. Das Mord verliert nicht. Da war ich aber auch Traitor, also. War alles okay, was ich getan hab. Und die Tür gerade hab ich übrigens nicht blockiert. Da fliegen schon Granaten aus Helipad. Nehm voll, schnöde Welt! Oh, Grants. Fang an, er. Entschuldigung, ich hab die Fenstel vergessen. Weißt du, dann macht er die aus Spaß geworfene Granate zum Air'n. Oh, Nils. Like a traitor. Wo kommt die denn her? Like a traitor! Genau, ich bin hier. Was passiert eigentlich, wenn... Warte mal, wenn er jetzt wieder landet? Dann landet er da drauf und die Kiste geht kaputt. Das ist doch schade. Weil Leute da hinten... Wollen sich nen Drink... Fang! Bist du tot, Nils? Ah, ich häng... Nein. Noch nicht. Nein, der fährt wieder mit Discos rum aus dem Heli. Und hätt mich beinahe runtergeschubst als Disco. Das wär wirklich gewesen. Lassen Sie die Kiste fallen. Was ist das für ne Granate gewesen? Disco. Disco, Disco. Disco, Disco. Oh, dass das schon frech war. Grad beim Aussteigen, wenn ich mir ne Insi beworste. Mit Gaming wirft Insis auf Leute. Oh Gott. Ja. Macht ja sowas. Das tötet Leute. Aber komm! Aber Anne, du hast mich jetzt ohne gar nicht getötet, das war eigentlich der Prop. Wow. Weil ich wollte die Tür aufmachen und dann hat mich das Fass irgendwie erschlagen. Schigo hat doch grad eingekauft, ne? Das hat sie gemacht, ja. Das gab's denn schönes gerade. Da war ja nichts im Angebot. Jetzt wird auch Bananen eingekauft. Da wird erstmal Suspekt eingestellt. Nee, ich mag nicht. Obst, das ist nicht so mein Ding. Lieber ein richtig schönes Stück von Hähnchenflügel. Ja, genau, ich mag ihr Hähnchen. Der hat den Goro getanzt, aber nur einen Step nach rechts gemacht. Das macht man so nicht, Leute. Der hat den Tanz vergessen. Könnt ihr euch das mal bitte angestellt? Ich bin nicht so gut, ich hab's zu ihm bleiben. Ich hab keine Lust darauf. Ja, wie bei Mambo Number 5. So geht das. Hey! Dalu, bist du tot? Dup, 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 dup. Dalu schon tot? Nee, der redet einfach nicht so viel die Runde. Der ist halt, one to the front and one to the side. Clip your hands. Clip your hands. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Ich hasse diese Leitern auf dieser Map. Ich auch. Das ist ein Katastroph. So, wir müssen doch einfach nur hoch und runter gehen. Die sind ja nicht schief oder so. Hallo, Anne. Die meinen, dass die schief sind. Ich hab dich doch je schon mal beim Einkaufen gesehen. Ja, mach ja nichts. Auf einmal, mehr kommt's auch nicht an. HUR, ich komme! Krabs macht wieder Rundflüge. Krabs macht wieder Rundflüge. Ja, helfen. Komm ich runter. Ey! Guck mal, wie sie denken. Oh, guck mal hier, Tradershop. Ja, sie will mich töten, wenn ich da rauskomme. Da ist der Tradershop. Das hat sie eben auch schon gemacht. Ja, ich weiß. Eigentlich stehe ich ja hier. Ich hab doch gesagt, dass ich jetzt einkaufen. So, von hinten ist gemein. Oh! Headcrap Launcher! Ey! Wenn der jetzt auf mich kommt, Krabs, ne? Oh! Mein gehabt, mein lieber Freund. Ich hab dich sogar gewarnt, Prinzessin. Guck mal, komm mal. Guck mal, komm mal. Guck mal, komm mal. Guck mal, komm mal. Guck mal, da kam der Headcrap Launcher hinten. Ich war unten. Der ist hier. Hey! Hey! Verzieh dich, Junge! Den Headcrap Launcher hat sie nicht geschossen. Ne, da war im Raum drin. Wir waren doch gerade schon einkaufen. Ich war auf der anderen Seite, ob da geguckt. Ja, genau. Müssen wir auf der anderen Seite. Der Einzige, der da Sichtfeld gehabt hat, die ich nicht gesehen habe, war Good Gaming. Da! Ich war es nicht. Ich benutze wie ein Headcrap Launcher. Good Gaming hatte einen hinter mir mit der Shotgun. Wer ist das? Ja, ich habe auch die Inzige auf den Heli geworfen. Genau. Ich weiß, aber das war eher witz. Du wusstest, dass andere Seite war anders. Ja, deswegen ja. MacFly, wir hatten mich gerade angeschossen. Du hast das doch gesehen oder nicht? Also von hier nicht? Ne. Hat gerade den Rücken zugewendet. Also ich kann dir sagen, dass das Goro nicht war, weil Goro war bei mir. Und der Headcrap Launcher ist jetzt hochgekommen. Sei mich, wenn du überleben willst die Runde. Oh, ist das so scheiße. Aber nichts. MacFly. Ich habe damit aber auch. Nefias. Nein, ich war es nicht. Ah, Nephi wurde gerade angesnipert von hier. Ich glaube, ich habe gerade einen Traitor. Gut angeschossen gerade. Ich bin runter. Ich spring runter. Nefias hat mich angeschossen. Wer hat denn jetzt in den Rapsi? Ich weiß nicht. Dalu hat gerade nachgeladen, seine Waffe, die er in der Hand hatte. Aua. Ich weiß nicht. Hier unten. Von Dalu Card eigentlich. Oh nein, Goro schießt auf mich. Was schießt du denn auf mich, Goro? Du hast doch auf mich geschossen. So ein Quatsch. Ja, wer war das dann? Du bist auf mich geschossen. Doch, er hat geschossen. Ey, ich habe auf Nefias geschossen. Eine einzige Kugel und habe dann nachgeladen. Danach habe ich jetzt keinen mehr geschossen. Kann ich bei dir bleiben? Ja, dann muss das ja Dalu sein. Ich bin verwehrt. Warum liegt hier eine Taube? Alles klar, ich schieße jetzt auf jeden, der hier reinkommt. So, dann könnt ihr eure Sachen erklären. Ich habe eine Taube eingesammelt. Ja, ja. Klar hast du das. Oh, ist es. Ja, auch so viele Trailer schon tot sind, die die da hinlegen könnten. Oh, scheiße. Was? Ich wollte nicht schießen. Ich dachte, das hier unten wäre Shigo, weil ich habe das ganze Schiff abgesucht nach Shigo. Ich habe schon getötet. Ja, den habe ich aber gesucht. Ich habe es ja nicht gefunden. Ich habe ja das Missing Elector. Oh, sorry Nefi. Und dann kommt auf einmal aus dem Nebenraum einer raus. Und ich sage, boi, da ist Shigo ja endlich. Das war keine erfolgreiche Trailer-Runde. Das war eine Schiffste-Runde. Nefi, du hast mich aber mit der Shotgun auf die geschossen, oder? Ja, aber ich gucke das schnell genug abhauen. Aber wer war denn jetzt Trailer? Aber dann warst du ja trotzdem aus dem Raum gekommen, wo ich immer noch unten stand. Shigo hat so schön eingekauft. Dann bist du ja aus dieser Kamera rausgerannt. Ich hatte Glück, dass Goro mir geglaubt hat. Ja, ich habe Figo aus Versehen mit der Fassel. Aber ich ja nicht. Ich habe dich auch gesehen. Hausfels, ne? Darfst du gerne Raffekern machen. Hast du mich dann angeschossen? Ich habe dich auch angeschossen, Goro. Okay. Am Ende war jeder angeschossen. Keine Ahnung, Leute. Dalu ist Detective. Ich trau mich grad nicht. Ist du Detective? Oh, Dalu ist Detective? Dann müssen wir Dalu ja erst killen. Warte, warte, warte. Gib mir bitte deine Wache. Shigo ist es. Komm, schießt jetzt auf Shigo. Weil sie Traitor ist? Er hat doch voll auf Dalu geschossen. Leute, Disco-Party. Was sollte das werden, Prinzessin? Ey, Goro. Schießt da. Good Gaming, Good Gaming. Es war ein Versehen, verdammt. Ich wollte die Waffen durchrollen. Ey, ich wollte wirklich die Waffen durchrollen. Ohne Scheiß. Jemand hat Bock auf ein... ...Täubchen? Das passiert... Da passiert halt einfach nur Mist, ey. Da passiert alles. Ey, mit in der Probe. Jens kommt die letzte Runde. Außer noch mal sowas wie gerade. Das ist ja lächerlich hier. Und den Rache-Kill... Den Rache-Kill... Den Rache-Kill... Ich wusste, dass ich das nicht überleben kann. Den Rache-Kill können wir gerne... Können wir gerne vertragen. Ich hab von Zug, war auch gut, ey. Ja, aber Shigo, warum hast du denn auf mich geschossen? Ich hab erst beim zweiten Mal schießen gesehen, dass du der Detective fast gegen mir stand. Und da waren auch noch mega viele Leute drum rum. Ja, wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall sterben. Weil wegen Good Gaming und so. Damit er's schwer hat. Damit er's schwer hat. Moment, wieso das? Das war der Rache-Kill, weißt du? Das ist natürlich jetzt ne... Und wen hab ich da schossen beim Waffe durchscrollen? Mich! Das war der Nalo. Äh, ihr habt beide auf mich geschossen. Beide mitten in der Menge. Incy-Party im Pool! Incy-Party im Pool? Okay, ich werd mal Incy rein. Disco-Party im Pool. Disco-Party und die ganzen Goff... Alle Goff... Oh, Alter! Voll überall fliegt nach die... Wieso kann das Wasser nicht bringen? Oh, ich werd gesnipert! Wie, wo... Irgendwo gesnipert. Jo, bei mir! Oh, Good Gaming, ich wurde weggesnipert. Jawoll, Shigo ist es. Nee, gegenüber stand einer. Der ist runtergesprungen. Ein ewiger Kampf! Ein ewiger Kampf! Der ist die Leiter runtergeklettert. Keine Ahnung, wer das war. Anne steht da noch. Oh, oh! Oh Gott! McFly hat mich angeschossen, glaub ich. Ich hab nur noch 79. Was?! Ich bin hier auch nicht, ja? Ich hab nur noch 79 abgeklettert. Du bist von der Leiter! Oh, Dalu bist von der Leiter gefallen! Irgendwie hat auch mein Helikopter geschossen! Dalu ist es wieder, Jungs, Mädels. Was auch immer ihr seid. Könnt ihr selber aussuchen. Was nicht nennen? Was nicht nennen? Ja doch, das ist... Wieso das? Kann doch jeder selber entscheiden. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Geh... Und... Goro is it! Goro, der Cripp-Launcher sprengt! Knall ihn ab, Crips! Okay. Crips, los! Hammel doch! Aber wer ist denn noch dann? Vorsicht, der könnte noch explodieren. Aua! Boah, aber das ist in der geile Aktion, oder? Wie ich aus dem Helikosprung bin. Ich hab nur nicht ganz gecheckt, ob wir nicht erst schießen sollen. Nein, lass uns nicht wieder ab! Crips ist es nicht. Ich bin es nicht... Ich nehm noch ne Leichschau. Aaaaah! Es ist hier reingeschossen! Nefi ist es! Es muss da Nefi sein. Oder du Rass. Ja, ich weiß. Oder ich, aber... Wieso kann es Anno oder Dalu nicht sein? Ich bin voll rausgewandert. Weil Dalu wurde auch angeschossen. Dalu hat Oro-Bike umgebracht. Mitgeschossen. Ja, oder halt mitgeschossen. Wo ist Nefi? Okay. Ich hab'n gekillt! Also... Ich hab'n gekillt! Warum? Weil ich ne HUGE hab! Ja, oder ich halt, ne? Ja. Keine Ahnung, wo Nefi ist. Aber wenn schießt du da an, ne? Auch für Headcrabs! Ja, wow! Ich schieß doch nicht auf Crabs! Oh blöd, dass er Crabs schießt. Du weißt, dass das kacke ist? Nefi ist es! Was ist kacke, Nefi? Möchtest du darüber reden? Kann sich der Polizei jetzt stellen! Sie werden dich bestimmt... Gnädig, äh... Was ist das? Sie hat eingesperrt, oder was? Nee, ich hab' das Laserschwert einge... ausgepackt. Oh, okay. Oder sie prügeln dich zu Tode. Oh, wieder in den Arsch. Nee. Wir wollen ja keinen Gänter hinschuen. Taser ihn! Ich folge dir! Nee, ich hab' gerade... Wusstet ihr, dass ein König in England mal wirklich so hingerichtet wurde, damit man das nicht versteht? Was? Die Wut hingerichtet? Na... Stab und... Naja... Ja, auch so ne Spitze, ne? Wer ist denn jetzt gerade gestorben? Irgendwer ist gerade gestorben. Ja, scheinbar dann da... Digo, lebst du denn noch? Ja. Gut. Guck mal, Goroba ist doch Trader, den können wir auf jeden Fall schon mal entsorgen, ordentlich. Oder wir essen ihn. Standesartig. Oder wir essen ihn. Okay. Ich glaube... Bin ich zu blöd? Hier runter zu... Ah! Ah! Wer schießt jetzt hier auf wen? Ah! Oh. Anne, auf wen hast du geschossen? Du hast gerade einen gekillt, Anne! Nefias? Anne ist es, alles klar. Lebt noch irgendjemand außer Crabs? Okay. 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 below. Okay. Oh. Did he? Oh. 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 Oh, das ist wirklich. Hust mir nicht ins Ohr. Ach, dieses Geist als Shigo ist klar. Ich kann von hier nicht treffen. Das ist kacke. Ich kann von hier nicht treffen. Aua. Hör auf. Oh. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.